Hallo und Willkommen bei G-Media. Mein Name ist Tantrum und ich zeige euch heute ein PS1-Klassiker-Klassiker-Crash Bandicoot. So, starten wir mal das Spiel. Tja, ich habe das Spiel gewählt, da ich immer in meiner Kindheit gezockt habe. Ah, start, okay, wir sind zuvor da... Okay, kommt, keine, kein Intro, okay, cool. Ach du, ah, da ist der Intro, da ist das Intro. Ja, kratz dich mal am Kopf und drehe dann, hm? Ah ja, mit dem Steuerkreuz, ist ungewohnt. Yo. Body Slam. Ach so. Ach so, in, äh, hm. Oh. Yo. Tornado Kick. Juhu. Yeah. Mein Aku Aku. Juhu. Ach du scheiße Sau. Oh. Oh, Mann. Oh, oh. Ja, die Treppen hinauf. Immer ein witziges Gesicht dabei. Das ist Crash. Super Crash. Jump. Jump, jump, jump. Ah ja. Die Äpfel, die Wumpa, wegschmeißen, wegschießen. Super Crash. Es ist, ich bin etwas unbeholfen mit dem Steuerkreuz. Ich bin etwas unbeholfen. Ich bin etwas unbeholfen. Oh. Ich vernichte alles. Vernichte alles. Wo sind wir überhaupt? Auf irgendeiner Insel. Ah, das ist dann das Ende des Levels. Juhu! Smiley! Wie hab ich aufgeschaut? Au, 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 au. Tja. Verdammt. Zehn Kisten verfehlt. Tja, eigentlich, wenn man jede Kiste bekommt, bekommt man so eine Art Kristall. Das ist mal in den... in den nächsten Crash-Games. Und es, äh, ist auch... Es ist einfach witzig. Doch ich weiß auch noch immer nicht, wieso er auf diesem Strand gestrandet ist. Und man kann auch keinen Bauchklatscher... Noch keinen Bauchklatscher machen. Wie den nächsten Teilen. Hm, stinkt hier weg. Stinkt hier weg. Wieso? Was machen hier stinkt hier? Weg! Boom! Oh, Koko. Hopp, jump, jump. Oh, schon wieder! Komm! Ah! Wuhuu! Super. Ich würde sagen, wenn ich davon getroffen werde... Wäre ich... Bestimmt tot. Doch. Gut, dass ich super bin. Sieht so witzig aus. Ja, mit einem Schuss. Ja, mit einem Schuss. Alle tot. Okay, muss ich springen, oder...? Okay, habe ich einen... Ja, ich habe einen, äh, Akku. Puh, zum Glück. Es wird ich tot. Oh. Oh. Ja, fast Selbstmord. Warten, warten, springen. Gut. Yeah! Ja, jetzt habe ich die drei Gesichter. Jetzt komme ich auf ein extra Level. Yeah. Puh. Okay. Ja, es ist etwas kurz. Doch später wird es sicher schwerer. Und... Da ist Coco. Als erwachsene Frau. Wow! Okay. Oh, no. Ich bin fast daneben gesprungen. Okay, Passwort. Nein. Ah. Was ist... Ah. Oh, ich habe noch andere Spiele. PS1-Klassiker gezockt. Ja. Okay. Wir sind wieder auf Erden. Auf Dschungel. In dem Dschungel. So. Ich mache mir alle Mühe, nicht ins Loch zu springen. Wow! Jump. Und... So, tot. Und das ist auch schon das zweite Level. Wuhu! Verdammt. Was brauche ich dir? Okay. Tja. Schon wieder die Kissen. Ja! Nur 3 verfehlt. Okay, weiter. Level 3. Okay, weiter. Das ist... Das ist die Insel von... Ich weiß... Papu Papu ist der... Ich weiß es noch immer. Als ich kleine Junge war, habe ich dieses Spiel wie ein Verrückter gespielt. Daher... kenne ich noch jede einzelne Person. Und ich... Oh verdammt! Puh! Gut, dass ich nicht durch runterfallen sterben kann. Ah, dieses Steuerkreuz. Puh! 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 Ich bin etwas komisch da. Puh! Puh! Mit Stick geht das irgendwie flüssiger. Puh! 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 Und weg! 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 Ich... Ich schieß alles weg! Ja, 13 Leben. Kann ich noch 13 Mal sch... Äh, 14 Mal sterben. Jo! Tabababia! Ah ja. Ich muss da kicken. Ich muss das denn kicken. Checkpoint So, jetzt bin ich super Weg Stirb Nummer 2 Oh nein, es ist mal tot Das gibt es doch nicht, scheiße Oh scheiße Mann, wie oft sage ich jetzt, scheiße schon Nein Okay, nochmal Verdammt, dieses Dieser Diese Map ist erst schwer Er traut dieser ganzen Sache nicht Okay, warten wir Jetzt muss ich vorsichtiger sein Ich bin jetzt zweimal auf der gleichen Stelle Fast gleiche Stelle gestorben So Spikes, ja Ich hab Er hat Schlimmeres erlebt So Es ist wegen dem Steuerkreuz Das wäre ich nicht gestorben Ja, Feuer Komm Springen Dritter Kopf Von Coco Als erwachsene Frau Wo Jump 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 Okay So Ich möchte jede Kiste bekommen Daher Geh ich auf Risiko Yeah Hallo Lady Jump Puh Harte Arbeit Tja, was habe ich bekommen Tja, was habe ich bekommen Äh, Safe Point Okay Ja, ich beschleun wir mal Höp So Drei von 32 Levels Das geht aber schnell So I'll be back I'm back Huhu Und Level 3 geschafft Und was ist Später Hm Ich hätte es sollte Ich hätte Er kann nicht so weit springen Daher Okay Okay Okay, wir sind bei Fast bei einem Totenkopf Oh Ich glaube, ich weiß, was kommt Das ist in jedem Crash Ja Ja, ja Das ist einer der coolsten Szenen Ne Kugel Back here Wow 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 Yeah Eine Kugel weg Oh, es ist heute Okay Lauf Lauf, 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 lauf Die Kugel zermanscht dich hoffentlich nicht Oh, springen, springen Scheiße Verdammt Die Kugel hat mich zermanscht Habe ich Checkpoint Verdammt Okay Daneben nochmal von vorne So Lauf, 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 lauf Ich hab kein Oku-Oku mehr Okay Spring Nicht sterben Hopp Hopp Okay, okay, okay Springen Springen Kiste Springen Okay Springen Und Knapp, 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 knapp Ja Okay Weiter Komm Oh ja, 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 ja Wir rutschen, diese scheiß Blöcke Springen Springen Ja Noch ein paar Wumpa essen Njam, 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 njam Kiste Njam, 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 njam Kiste Njam, njam Okay Mann, dieses Gesicht Springen Springen Ja Ich hab's Ich hab's gleich Ja, springen Und springen Und springen Und Halleluja Woo Yeah Mann, ich bin jetzt auch überglücklich Und wie viele Kisten Ich hab jede Kiste bekommen Tada, woo Und null Schlüsseln Ein Kristall Und sieben Prozent geschafft vom Spiel Ja, sparschen wir mal das Spiel Wie? Three Levels Okay Tja Loading Map Und jetzt kommt Level 5 Okay Totenkopf Okay Totenkopf Okay Level 5 Ja, komm Gib mir ein Gib mir eine Eine Maske Ein Upla Ein Upla Oh Piranhas Und Und Schon wieder so ein Kopf Okay Warte, warte ich Oh, wie Wie nett Ein Blatt, das mich tragen kann Wie stark ist das Blatt? Und bei 100 100 Funkpass Bekommt man auch Ein Leben Bei Dabei Das ist immer gut Checkpoint Yeah Okay Warten wir Jump Wo, wo, wo Oh nein Tentee Ich glaube diese Diese Wie nennt man Ich weiß gar nicht wie dieser Name heißt Diese Fleischfressende Pflanzen Mann Die gehen nach einer Zeit zu Und dann Bin ich weg Ziemlich verspeist Wo Verdammt Ich wollte Scheiße Das geht es nicht Tja Davon habe ich gesprochen Sie 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 frisst dich auf Okay Sofort springen Sofort springen Schnell Mann Sprengen 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 Wo wo Jump Jump Okay Diese steuer kreuz Das gibt es nicht Komm Nein Ich wollte noch das blatt bekommen Ja Mann Noch einmal die kiste So Tja ich bin alt geworden Als ich als kind Dieses spiel gespielt habe War ich besser Und weil ich auch War ich auch Äh Daran gewohnt Äh Mit dem steuer kreuz Zu spielen Okay So Okay Das geht nachher zu Okay Lauf 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 Checkpoint Oh Diese steuer kreuz Okay Springen Springen So Yeah Dritter kopf So Ich frage mich Wo ich überhaupt Ob ich So Danke für das Geschenk Schwester Dum Dum Ah Level 5 Ein kristall Wie wir alle wissen Speichern Immer auf Nummer Sicher Gehen Und Fortsetzen Upstream Ach du Scheiße Okay Okay Beißen Springen Springen So Level 5 Geschafft Und Und das war's Für heute Tja Wir sehen uns Nächstes Mal Bei der zweiten Folge Wir sehen uns Wir sehen uns Vielen Dank.